hallo ich bin es wieder euer Lyrior heute mit Last Epoch und zwar zeige ich euch die Arena die Arena ist kein pvp sondern für euch gedacht wo gibt es das ganze das ganze gibt es in der zeitlinie göttliches zeitalter ganz oben im schnee und zwar tor der champions neben dran die Arena alternativ könnt ihr auch den Schlüssel anklicken dann seid ihr hier Schlüssel wir haben einen Arena Schlüssel den roten und wir haben einen Arena Schlüssel der Erinnerung wo bekommen wir die her die Schlüssel kann man farm in der Endzeit und zwar hier müsst ihr nur irgendwo hochspielen bekommt ihr mal eine Belohnung einen Arena Schlüssel da können die dann drin sein dann gehen wir hin klicken den Wirbel an dann kommt Schlüssel einlegen da könnt ihr jetzt entweder den roten einlegen oder den silbernen der silberne macht dass ihr die endlos schleife wenn ihr gestorben seid wieder da anfängt wo ihr gestorben sind bei dem roten könnt ihr normale Wellen spielen eins bis vier den legen rein Arena betreten hier können wir auswählen eins bis vier und unendlich anfangt turmen mit eins die anderen sind nur zu die müsst ihr spielen erste ist ab level 50 verfügbar mit vier monster Wellen sind immer fünf Wellen dann bekommt ihr eine Belohnung dann kommen wieder fünf Wellen kommt ihr wieder eine Belohnung das 40 mal dann kommt ein kleiner Boss den müsst ihr umhauen und dann bekommt ihr ein Loot das könnt ihr eins machen zwei ist schon mal mit Stufe 70 3 mit level 90 4 mit level 100 und endlich mit level 100 wir gehen jetzt in Stufe 1 rein zum zeigen wie das ist wenn fünf Wellen da waren und der Loot ihr bekommt wir fangen an hier mit Wirbeln hier oben ist jetzt Welle 1 aufgeblockt die kommen immer aus den Wellen hier aus den Geplubber hier sind die Wellen da kommen sie meistens immer raus könnt ihr so als Anhaltspunkt nehmen oder ihr bleibt einfach in der Mitte rein theoretisch können wir auch bloß in der Mitte bleiben wird das gelungen und die Gegner auf uns zu laufen lassen oder meine Minions gehen zu denen und hauen die um Welle 3 könnt ihr oben immer gucken Arena Welle da runter gehen da sind auch wieder welche die Maps sind variabel da kommen immer andere Welle 5 jetzt hauen wir die Welle 5 nur um so und da auf der Map seht ihr jetzt lauter so Sterne das sind so Kisten die müsste kaputt man zerstören da ist dann der Loot drin ich habe ein Loot Filter an deswegen kann ich das jetzt nicht looten ist wahrscheinlich alles wo ich nicht brauchen kann hier seht ihr schon sind Sachen gefallen nebendran gibt es eine Kiste wo ihr eure Sachen dann rein tun könnt wo ihr dann später nachschauen könnt könnt ihr das brauchen oder könnt ihr das nicht brauchen wenn ihr jetzt auch fortfahren geht kommen die nächsten fünf Wellen bis Level 40 oder Welle 40 dann kommt ein kleiner Boss den haut er um und dann bekommt ihr den letzten Loot ja probiert es aus macht was draus euer Lyriam ciao